Der Start war super einfach, super easy. Wir mussten ein bisschen laufen und dann waren wir auch schon in der Luft. Dann sind wir über Längenfelder geklogen. Man hat die Zugspitze gesehen in dieser Herbstlandschaft am Wachsenstein entlang Richtung Alpsee. Es war perfekt einfach nur, Garmisch von oben zu sehen.